So, laberstoff! Get to the chopper! Gaaah! Kinder, was geht denn bei euch? Willkommen zurück zu County Stringen. So where's go, meine ich. Nicht so aus. So, kurz mal gucken. Ah, auf 2 hab ich die P90. Die beißen. This is a fucking enemy. Er fickt mir den Kopf. Let's go, aber lass. Wo ist noch mal die... Pfff. Ich wollte die Tegel kaufen. Egal. No, lass doch jetzt. Ich muss das Level doch auch mal kennenlernen. Nein! Ich komm in die Ecke und dann ist wieder einer. Oh, ich will gerne... Ach so. Let's throw in a grenade! Flip back! Alter, ich hicke auf die Fresse! Verdammte Kacke nochmal! Core Ninja! Oh, nein, 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 nein! Oh Gott! 30 AP noch! Ich muss hier weg... Oh, scheiße! Alter, okay, hast du es geholt. Hast du noch geholt? Nee, hast du nicht. Oh, 2! Why? Frantic! Ich komm mit den Beins doch nicht so ganz klar. Ich muss doch gucken, was sich wohin... Ne? Nur die Entscheidung war, schreibe ich mein eigenes Balskip, da nicht mehr ins runterkomme. Ich schreibe mir ins, dann weiß ich, wo alles ist. Piffedecki. Ich weiß, wo die AKs. Ich weiß, wo meine Nades sind. Alter, ich bin noch nicht mal zum Schießen gekommen. Und ich weiß, wo meine, ähm, Ding, Helmet und sowas. Und Diffuse-Kit und der ganze Scheiß. Und das Geisel-Diffuse-Kit, ich hab's noch nicht gerafft. Damit kann man die schneller aufheben, was? Und dann muss man mit dem Kit dann immer nur eine retten, anstatt alle. Wie ist das? Ich raff das nicht mit dem Geisel-Kit. Kann man die da schneller aufheben? Ich hab noch nicht die Geisel gerettet hierbei. Geh. Geh du de Chopper! Gah! Also, Menes. Ich geh mit der Bubu... Ah, ich geh mit... Ich muss mit der Bombe mit. Ich muss mit der Bombe mit. Das hat auch keinen Sinn alles sonst. Und schon bin ich wieder hier. Ah, ich wollt auch grad zum Augen. Oh Gott, in unseren Reihen ist einer. So, der Pampa geht vor. What? Kinder! Ich hab die Bombe! Alter! Alter! Ich muss noch ein bisschen mit der Map zur Rande kommen. Wenn man hier durchgeht, wo komm ich hin? Einfach auf so einen Punkt von dem aus wir aber nicht zu uns reinkommen können, wenn ich jetzt nicht das sehe. Und da unten bin ich an der Stelle, wo ich vorhin schon ein paar Mal stand. Ja, das ist... Das ist cool. Kann ich hier irgendwie rein? Irgendwo? Ich bin ihm auf den Kopf gelaufen. Ich bin so ein tighter Bursche. Wow! Die Bombe down. Zwei nur noch. Ich darf wieder nicht, wo langs hier geht. Auf A hockt auf jeden Fall einer, aber da ist mir ziemlich egal. Ach, so eine M4? Ach, so eine M4? Ach, so eine M4? Ich bin die Bombe. Gott. Flashback! Bombe! Äh... Der Rest, bitte. Ja! War das eine Arbe, die direkt hier vorne stand? Alter, schleich dich nicht raus. Renn, renn, renn. Oh, komm wieder rein, komm wieder rein. Wir lassen das mal. Komm mit. Komm. Ich kann ihn nicht anflaschen. Es gibt ja keine Taschenlampe hier. Huhu! Wofür? Hatten wir eine Arbe, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, ich fasse es nicht. Wie viel hast du gefressen? Nur 44! Puh! Oh nein, was habe ich getan? Okay, das schaffen die, oder? Ich hätte einfach nicht rangehen sollen. Ich hätte jetzt sehen sollen, es waren noch zwei übrig und dann erstmal langsam machen, sammeln anstatt zu verrecken. Ja, fick ihn, komm schon. Nice! Nice! So läuft das. Man muss die Leute auch ein bisschen loben, nicht wahr? Im Büro ist ja nicht immer key. Kann mir bitte noch jemand sagen, wie kann ich das so einstellen, dass die Waffen nicht automatisch mit dem Mausrad gewählt werden, sondern dass ich sie bestätigen muss mit Linkspick. Ich will keinen Fast Weapon-Switch. Ist das einfach in den Optionen? Ich kann einfach mal reingucken eigentlich. So faul sollte ich hier eigentlich, ne? Darf man eigentlich nicht sein. Aber wir müssen natürlich nicht mehr hin. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie ist das passiert? Ah, die schießen durch das, durch das Scheiße dadurch. Komm mit, Männer. Guck mal hier, B sieht doch erstmal noch. Ganz gut aus. Können wir bereiten. Wir bereiten den Weg auf B vor. Das ist unser Smoke. Wow! Ich wollte gerade eben noch kurz sagen, ich dachte ich hätte ihn gekillt und würde dann sowas sagen, wie zum Glück habe ich gewartet. Aber Fickkacke. So ein Pech, dass ich gewartet habe. Wurde er mit der P90 um die Ecke geschniedelt. Und es ist schon wieder ein Loose-Game hier, aber sowas von. Bloody Devil! Bloody Devil, you gonna fuck me? Not! Ah, ich hab meine Pistole weggerufen. Wow! FPS, wo seid ihr gerade eben kurz hingegangen? Wo seid ihr? Ey, 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 ey! Die FPS sind gerade eben einfach kurz, äh, verschwunden. Die Männer auch gerade. Ich bin der idiotisch. Die FPS. Ähm. Oh Gott, sie kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Und diesmal piffelt er mich wieder beißen weg. Ich hab'n Pech. Ich hab' ihm 96 gegeben! Ohohohoho! Ich hätte ihn mit dem Nagelklipser beim Fingernagelschneiden töten können. Aber nein! Ich geb' ihm nur 96 und sterb' dann wie eine kleine Ratte. Und was macht unser AFKler da hinne? Der wird auf ihn immer direkt zu kicken. Nein! Warum denn kicken? Vielleicht ist er jetzt nur gerade mal kurz, keine Ahnung, vielleicht hat ihm ne Katze den Fuß gebissen oder sowas. Wie immer alle direkt abeskalieren. Oh Gott, der ist AFK. Er muss für immer erschwinden. Ich mein' in dem ESL-Match würde ich das nicht sehen. Aber wir spielen hier Public Wurstrunden. In Competitive, würde ich's auch verstehen. Aber so. Na, da steht ein, äh, steht eigentlich mit einer Autopump. So! Niedergestreckt. Und wieder ist Komponente. Was mach' ich für ne Kacke? Ich raff' das nicht. Warum ich das überhaupt mach'? Und Feuerquick hier mit, äh, mit dem SWAT-Mensch. Und hier sieht man Poketsburg auch bekannt als den haarigen Dagobert. Er springt hier einfach mal nicht die Treppe runter, sondern, äh, zielt hier ganz genüsslich. Darüber. Und, äh, da haben wir auch schon verloren. Schade. Schade. Natzen wir sie weg. Ich will eine Natzung vom Feinsten sehen. Ich geh nämlich schon lang. Weiter, 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 komm, wir gehen jetzt mal unten. Ist mir los, egal. Ne, machen wir nicht, wir sind direkt wieder tot. Mir ist die erste Regel, weil wir kommen erst gleich. Die Dummen vor. Aber nicht die Bombe, die Dummen hab' ich gesagt. Okay, jetzt gehen wir. Go, go, go. Was? Alter, ich hätt', ohne Witz, ich hätt', ich hätt' schwören können, dass das ein Mate von uns war. Ich geh nicht da. Alter, mehrfach tot. Kann ich jetzt bitte mal wieder ein Spiel gewinnen? Und wie gesagt, ich hab' jetzt, äh, erst, ich hab' gerade eben eine Box gewonnen, ich hab' schon zwei andere Boxen, keine Ahnung, weil ich die hab'. Und ein Schlüssel kostet 2,50 Euro oder sowas? Sind die behindert? Also jetzt mal, geh das mal im Ernst. Ruhe bitte, sexy. Merkt ihr? Merkt ihr was? Man kickt einen AFKler und bekommt dafür einen labernden Labersack. Dolabersack! 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 Naja, okay. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Die nächste Runde wird Agency, äh, sein und ja, viel Spaß. Ciao, ciao!